Hallo, ich bin der Michi Knapp, mein Name ist Klaus Schreiner aus Innsbruck, ich bin aus Tirol, das Paffenhofen, wir nutzen heute eine Möglichkeit, die jeder zum Glück noch hat in unserer modernen Gesellschaft, wir nutzen das Interview und die Mast, die Online-Medien, um auf einen Missstand hinzuweisen, in dem Fall konkret in Klaus, einen Missstand ist es heute und wir haben uns einfach dazu für das Interviewformat entschieden. Es geht darum, Buchbewerbung kostet Existenz, Klaus ist ein Blogger aus Tirol, aus Innsbruck. Klaus, um was geht es da genau? Sag uns mal ein bisschen was. Ja, gehen Sie uns darum, dass es einen Roman gibt, der heißt Banksterklub von H.W. Friedmann. Dieser Roman ist auf fragwürdige Weise verboten worden. Dieses Romanbuchverbot hat dazu geführt, dass Sie mir die Meinungsfreiheit beschränken können. Grundsätzlich hat es so abgespielt, dass ich Ende Juni letzten Jahres ein Schreiben von einem Rechtsanwalt der Steiermarkischen Bank und Sparkassen AG bekommen habe, wo mich der Anwalt aufgefordert hat, einen Redebeitrag vom Autor, vom Banksterklub, von meinem Blog zu nehmen. Du bist also ein Blogger und du hast einen Blog. Wie heißt der Blog? Der Blog heißt aktivist4u.ad. Ich mache das seit März 2013, dass ich eben einen Blog habe. Und ich bin eigentlich politischer Blogger. Ich versuche eben politische Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, um eine Bewusstseinsbildung zu machen. Und was hast du da jetzt genau gemacht, was den Anwalt dieser Bank gestört hat? Mein großes Verbrechen ist, dass ich das Buchcover vom Banksterklub am Blog abgelichtet habe. Das hat bewirkt, dass ich eine 30.300 Euro Streitwertklage bekommen habe von der Steiermarkischen Bank. Und die Bank sagt, was will die Bank genau von dir? Was sollst du jetzt da tun? Der Rechtsanwalt stellt so dar, dass es eben eine Persönlichkeitsverletzung ist der Steiermarkischen Bank. Also quasi, dass der Auto des Buches die Steiermarkische angreift, was nicht stimmt anscheinend. Was hast du jetzt damit zu tun? Lediglich, dass ich eben dieses Buchcover auf meinem Blog abgebildet habe. Und wodurch sieht sich die Bank jetzt angegriffen? Also durch welche deiner Aktionen sieht sich die Bank angegriffen? Sie glaubt sich in dem Recht, dass eben ein Buchverbot besteht, was eben eine Buchbewerbung und einen Buchkauf verbietet. Das werden jetzt viele nicht wissen. Das bedeutet, wenn du Blogger bist, hast du da eine Art Verpflichtung zur Wahrheit? Oder gegen was verstehst du? Oder kann das jetzt quasi auch mir, wenn ich auf Facebook in meinem privaten Profil etwas poste, was jetzt da ich nicht genau nachregiert habe und jemand beleidigt oder in dem Fall eine Bank irgendwie schädigt, kann mir das jetzt auch passieren? Ja, also das Internet ist weit noch ein rechtsgrauer Raum. Da gibt es noch nicht wirklich gute Entscheidungen, die was rechtsverbindlich sind. Und deswegen ist es eben alles ein bisschen in der Schwebe. Und es wird jetzt derzeit versucht, Präsidentsfälle zu erreichen, damit man eben diverse Meinungsfreiheiten einschränken kann. Das heißt, Sie klagen mich jetzt auf über 30.000 Euro. Hat man auch dir bekannt gegeben, wie diese relativ hohe Summe zustande kommt? Leider nicht. Mir ist bekannt, dass sich eben die Rechtsanwalthonorare anhand von diesem Streitwert orientieren. Was bedeutet, dass eben jeder Rechtsanwalt Interesse hat, dass der Streitwert hoch ist. Dies schafft allerdings auch eine Zweiklassenjustiz, dass eben, wie in meinem Fall, eine große Bank gegen einen Bürger quasi klagt, dass eben der Bürger nicht viele Möglichkeiten hat, da lange durchzuhalten. Ja, das verstehe ich. Ich bin jetzt kein Rechtsexperte, aber ich weiß aus meiner Studienzeit, dass es etwas so etwas wie eine Verhältnismäßigkeit gibt. Siehst du da die noch gewahrt in irgendeiner Form? Naja, wenn man jetzt sagt, eine 16-Milliarden-Bank gegen einen relativ mittellosen Bürgern, da ist eigentlich eine gleiche, also eine Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Gut, also du bist noch nicht verurteilt dazu? Es steht jetzt quasi nur im Raum, dass du diese... Verurteilt nicht, aber es gibt eben einmal einen Beschluss vom Gericht, der mir diese Buchbewerbung verbietet. Allerdings ist dieser Beschluss ergangen, ohne dass ich die Möglichkeit gehabt habe, an einem Prozess, an einem fairen Prozess teilzunehmen. Warum? Weil mich eigentlich dieser Beschluss vor der Klage erreicht hat. Normalerweise ist es so, dass man erst eine Klage bekommt, dann hat man die Möglichkeit, einen Einspruch zu machen. Aber in meinem Fall, ich habe keine Verständigung bekommen, ich habe keine Klage gehabt, ich habe nichts davon gewusst. Ich habe eigentlich nicht handeln können. Das heißt, es ist quasi so weit, dass ein Gerichtsbeschluss gefasst wird, dem du Folge zu leisten hast, ohne einer gewissen Verhandlung oder Anhörung deiner Seite. Richtig, es ist eine Vorvorurteilung, finde ich jetzt einmal, und es ist eigentlich ein unfairer, kurzer Prozess. Bei mir, muss ich sagen, ich habe diesen Beschluss am 31. Oktober 2014 bekommen, und am 2. Dezember habe ich schon über 20.000 Euro an Kosten, Strafen, Rechtsanwaltsgebühren, Gerichtsgebühren auf dem Spiel gehabt. Das ist ja jetzt nicht wenig. Obwohl es noch keine Verhandlung gegeben hat, obwohl über diesen Streitwert noch nicht entschieden worden ist, aber eben jetzt die Kosten nach einem Monat belaufen sich schon auf über 20.000 Euro. Da sind wir uns einig, dass das für den Normalverdiener, Durchschnittsmenschen, an und für sich keine Chance mehr übrig bleibt, dagegen vorzugehen. Nicht nur für den Durchschnittsbürger, sondern auch für den Mittelstand normalerweise. Ja, bei solchen Summen. Wenn du jetzt da schon gar keine Verfahrenshilfe hast, das ist schon wieder ein Stichwort, du hast um diese Verfahrenshilfe angesucht, weil du dich eben finanziell nicht in der Lage siehst, das zu beschreiten. Was ist dann passiert, also speziell auf diese Verfahrenshilfe hin? Ja, aufgrund dessen, weil ich eben schon seit drei Jahren mich sehr fürs Gemeinwohl engagiere und man dafür kein Geld bekommt, habe ich meine Mittel eigentlich schon verbraucht. Und aufgrund anderer Sachen bin ich derzeit mittellos und eigentlich leicht verschuldet. Aus diesem Grund ist es mir nicht möglich gewesen, mir selber einen Rechtsanwalt zu nehmen. Zum Glück ist in unserer Rechtsordnung vorgesehen für Personen, die relativ mittellos sind, damit man eben sich verteidigen kann, weil eben ab einem Streitwert von 4.000 Euro gibt es bei uns die Verpflichtung, einen Rechtsanwalt zu haben. Du kannst dich also gar nicht mehr selber verteidigen, wenn man das in manchen Filmen sieht. Ab 4.000 Euro ist jeder in Österreich unmündig und kann sich selber nicht mehr verteidigen, obwohl er vielleicht am besten über den Fall Bescheid weiß. Die Tragik meiner Meinung nach ist, dass eben aufgrund dieser Machenschaften des Anwalts und dieser Bank innerhalb von einem Monat die Gerichtsakten, die Papiere schon ungefähr 700 Seiten ausmachen. In so einem Fall glaube ich, dass die allermeisten Richter, Rechtsanwälte nicht mehr die Zeit haben, dieses zu lesen. Das zu bewältigen. Ich habe das selbst gesehen, ich habe die Rechtspartikantin eben befragt, was sie eben von einem Fall haltet und sie gesagt hat, sie hat da keine Ahnung darüber. Die Rechtspartikantin, die bei deiner Verhandlung anregen ist. Ich habe mal eine Aussage machen müssen über diese Zustellung, die über das nicht stattgefunden hat und da habe ich mit der Rechtspartikantin gesprochen und eine Aussage gemacht und habe sie eben versucht, zu diesem Fall zu befragen und dann hat sie halt gesagt, sie weiß darüber nicht Bescheid. Jetzt zurück zu deiner Verfahrenshilfe. Was hat jetzt der Gegner in diesem Fall? Ja, muss ich sagen, der Gegner möchte natürlich das Beste für seinen Klienten, in diesem Fall natürlich für diese steiermarkische Bank- und Sparkassen AG. Wir sind natürlich für den Rechtsvertreter großer Kunde, ein gut zahlender Kunde. Deswegen engagiert er sich sehr. Er hat mir eben auch schon sieben Beugehaft- und Strafanträge ans Bezirksgericht gesendet und hat dann durch eine hohe, hohe Strafe erwirkt, über 13.500 Euro. Das Bezirksgericht in Innsbruck hat nicht einmal wirklich diese Anträge genauer angeschaut, weil eigentlich habe ich auf meinem Blog eine Berichterstattung über diese Beklagenswarte Klage geführt und es wird mir jetzt seitens dieses Rechtsvertreters als Buchbewahrung ausgelegt. Also es wird dir vorgeworfen, dass du nicht nur über den Fall Banksterklage, wo du dieses Buch berichtest, sondern es wird jetzt nochmal vorgeworfen, um das zusammenzufassen, dass du über deinen eigenen Fall auf deiner eigenen Blog berichtest, wird das wieder als Buchbewerbung ausgelegt. Richtig, vorgeworfen ist jetzt da eigentlich, finde ich, der falsche Wort. Ich glaube, es wird so hingedreht, damit eben ein Gericht, das, was sich nicht die Zeit nimmt, jetzt diese Akten oder diese Anträge genau zu studieren. Einfach oberflächlich, darüber hinweg, sogar da sind jetzt sechs, sieben solche Anträge und aha, da ist nochmal was passiert und das ist dann so. Man muss noch dazu sagen, zu der Verfahrenshilfe, du hast dich vor einigen Jahren entschlossen, ein Leben zu führen mit, wie nennst du das? Also, ich habe mir eben entschlossen, jetzt nicht mir meine Vermögensanhäufung zu machen, sondern mich für das Gemeinwohl zu engagieren. Es gibt sehr viele Missstände bei uns in den Demokratien, die, was ich eben versuche aufzuzeigen und eben die Verantwortlichen dazu versuche zu animieren, ihrer Verantwortung nachzukommen und eben diese Missstände zu beheben. Und aufgrund dessen, weil man da kein Geld verdient, habe ich eben nicht wirklich viel Geld. Das ist auch wichtig, du verdienst auch mit deinem Blog kein Geld. Also, das ist nicht mal so, dass du dir, wie soll ich sagen, aus diesem Posting heraus einen finanziellen Vorteil schaffen konntest. Aber jetzt eben dieser Antrag von dem Rechtsvertreter, der steiermarkischen, meiner Ansicht ist er ein Rechtsvertreter aufgrund dessen, weil er die Sachverhalte oft so einseitig darstellt, dass man nicht mehr Rechtsvertreter sagen kann. Darum geht es ja eben. Schon, dass man wirklich bezeichnenderweise Rechtsvertreter zu ihm sagen darf. Das ist meine persönliche Meinung und da stehe ich gerade dafür. Aber, was mich da wirklich gestört hat, ist Folgendes. Ich habe meiner Klägerin eben mitgeteilt, dass es meinen Eltern nicht zumutbar ist, sie über diese Klage zu berichten. Meine Eltern sind schon etwas älter, sind über 72 Jahre alt und haben auch diverse Krankheiten. Und die würden sich jeden Tag aufregen und sorgen und es würde ihre Gesundheit sehr schaden. Das habe ich meiner Klägerin mitgeteilt. Aber 14 Tage später nimmt der Rechtsvertreter das als Grund her, um mir meine Verfahrenshilfe abspenstig zu machen. Weil du Eltern hast. Ich glaube, er will einen Zwist hinein schaffen, damit eben meine Eltern davon die Information bekommen und sich sorgen und sich aufregen und dass es ihre Gesundheit schadet. Und das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Und man begründet das eben, deine Eltern haben Geld quasi oder was begründet man das, deine Eltern dazu mit einzubeziehen? Gibt es eine Sippenhaftung? Das glaube ich jetzt nicht, dass das der Grund wäre. Ich habe meinen Rechtsvertreter aufgrund einer Schadensersatzminderungspflicht am örtlichen Schreiben mitgeteilt, dass ich eben mittellos bin und dass bei mir eigentlich nichts zu holen ist. Nicht nur jetzt, sondern auch später. Und dass ich aus dem Grund auch nichts zu verlieren habe. Und das schmeckt natürlich, nehme ich an, meiner Klägerin nicht, dass eben jemand, der was vom Beruf her Kaufmann ist, noch dazu sehr viele Bücher gelesen hat, sich schon seit drei Jahren in etwa politisch engagiert, alle Medien anschreibt, alle Politiker anschreibt, dass jetzt so jemand sich dann gegen die Klägerin wehrt. Du bist jemand, der stört. Ich muss sagen, ich verteidige mich, es geht um meine Existenz, ich gebe mir Mühe, okay, ich bin kein Jurist, aber ich bleibe immer bei der Wahrheit und versuche eben auch meiner Klägerin alles mitzuteilen, was ich mir denke. Jetzt sagst du immer Klägerin, um da jetzt kein falsches Bild dem Zuschauer zu bringen, das geht dann nicht um einen Menschen oder eine Menschin, sondern es geht um eine juristische Person. Also du weißt gar nicht, wer dich anklagt. Es ist jetzt nicht so, dass du, wenn ich dich jetzt verklagen würde, weil du mir etwas Falsches über mich geblockt hast, dann könntest du dich mit mir selbst in Verbindungspint setzen und sagen, Michael, von Mensch zu Mensch zu sprechen darüber, aber die Möglichkeit besteht gar nicht. Wieso? Mich würde es wirklich interessieren, wer eben quasi die Verantwortung hat, dass eben ich auserwählt worden bin, dass ich aufgrund dessen, weil ich am Blog dieses Buch abgebildet habe, als Beklagter auserwählt worden bin. Warum? Weil viele andere, auch der Kreditopfernet-Verein hat diese Buchbewerbung, aber auch andere, und die sind nicht auserwählt worden. Obwohl ich anfangs schon, dass der Klägerin mitgeteilt habe, sind die nicht auserwählt worden. Also es ist keine Gleichheit da, aber das muss auch nicht sein. Sie haben mich auserwählt und gesagt, ob der ein Blog hat, dann klagen wir, und die anderen klagen wir nicht. Aus dem machen wir einen Präsidenzfall. Wir wollen ja auch nicht jetzt sagen, dass sehr andere vergangen sollten, aber es geht schon darum, wenn man sich ein bisschen auf den einsteigigen Internetseiten herumtreibt, dieses Buch kommt einem immer wieder unter, der Name wird immer wieder genannt, und das ist natürlich schon merkwürdig, dass man sich, ohne deinen Blog jetzt schmälern zu wollen, den relativ kleinen Blogger aus Innsbruck da heraussucht, um dem wirklich um eine 30.300 Euro zu klagen. Kennst du ähnliche Fälle? Mir ist schon klar, warum ich ausgerucht worden bin, weil ich eben ein kleiner Blogger bin. Der Kreditopfer-Hilfe-Net-Verein ist eben in letzter Zeit zweimal im ORF gewesen, in der Sendung am Schauplatz, und so jemanden will man natürlich nicht dann beklagen, weil dann wird man gleich an den Medien sein. Nur ein kleiner Blogger hat nicht quasi die Medien hinter sich, sondern er steht allein da, und eine große Bank, jetzt hier die steuermarkische, die hat schon mehr Medienmacht, weil sie doch ein großer Anzeigenschalter ist. Es ist auch so gewesen, dass jemand über diesen Fall auf meinbezirk.at was geschrieben hat. Eine Privatperson? Eine Privatperson aus Innsbruck, der hat eben so einen Blogleser, der hat das auf meinem Bezirk dann veröffentlicht. Da können Privatpersonen quasi wie Reporter etwas veröffentlicht werden. Jawohl, so wie auf mehreren Zeitungen ist es auch bei meinbezirk.at möglich. Nur das war ein paar Tage dort, dann war es weg. Auf Anfragen hat es geheißen, ja, aufgrund der ABB. Also es wird zensuriert. Es ist quasi zensuriert worden. Was mich aber wirklich stört, ist, dass anscheinend die Persönlichkeitsrechte von einer juristischen Person, hier der Steuermärkische Bank und Sparkassen AG, heutzutage anscheinend mehr zählen, als die Meinungsfreiheit, also Menschenrecht von mir. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Verantwortlichen wissen möchte, dann teilt mir, dass die Steuermärkische Bank und Sparkassen AG der Vorstand, der Vorstandsvorsitzende, Dr. Fabisch, einfach nicht mit. Ich will es nicht sagen, er hüllt sich in Schweigen und in Ignoranz oder Arroganz, ich weiß es nicht, aber ich finde schon, ich habe das Recht zu erfahren, was der Rechtsanwalt, der was von sich aus gesagt hat, dann verklagen wir, was der Vorstand, was der Vorstand im Kollektiv, was der Geschäftsführer. Also ich würde gerne wissen, welcher Mensch, welche Person mich verklagt. Wenn mich ein juristisches Gebilde verklagen kann, finde ich das nicht in Ordnung. Kennst du ähnliche Fälle? Gibt es da in Österreich schon Präsenzfälle? Ähnliche Fälle nicht, nur eben jetzt, es gibt auch einen Fall in Oberösterreich, das geht darum, da gibt es einen Geschädigten von der Oberösterreichs-Sparkasse, in Bernhard Koster, der hat eine Webpage erstellt. Eine andere Person hat eine Verlinkung zu dieser Webpage in Google Plus gepostet und diese Person, die diese Verlinkung gemacht hat, ist auf 19.000 Euro verklagt worden und in einer bestimmten Instanz für schuldig erkannt worden. Also weil jemand, ein Blogger bzw. eine Privatperson, eine Information auf seiner Google Plus Seite weiterverlinkt hat, so wie es eigentlich jeder von uns jeden Tag auf Facebook und Ähnliches macht. Was bedeutet, dass eben diese Person, die diese Verlinkung gesetzt hat, für den Inhalt der Verlinkung haftbar gemacht worden ist? Das bedeutet, wenn ich jetzt von Standard etwas verlinke und der Standard schreibt dann irgendwann mal etwas, wo jemand anderer etwas dagegen hat, dann könnte man mich dafür verklagen. Verstehe. Also wenn der Standard jetzt etwas Unwahres bringen würde oder etwas, was jemand etwas dagegen hat, nachher vielleicht eine Gegenstellung macht, die du nicht verlinkst, weil du nicht auf sie gekommen bist, sondern einfach nur glaubst, du verlinkst interessante Neuigkeiten, die du mit anderen teilen möchtest, dann bist du quasi haftbar. Das heißt, die Meinungsfreiheit, die so viel Hochgelobte im Netz und in den sozialen Netzwerken wird eigentlich schon streng beschnitten. Ich persönlich bin der vollen Überzeugung, dass wir Menschen Menschenrechte haben. Ich glaube, dass ich meine Meinungsfreiheit habe. Früher hat uns der Bruno Kreis gesagt, wenn man eben sagt, am Anfang ich bin der Meinung und dann kann man sagen, was man will. Anscheinend ist das eben bei großen Banken heutzutage ein bisschen anders. Also es ist schon wieder so weit, dass es einfach Gruppen gibt, die du nicht kritisieren darfst, wenn man das zusammenfassen wollen. Es schaut leider so aus. Schaut so aus, ja. Klaus, zum Abschluss vielleicht noch. Gibt es Reaktionen auf den Fall? Ja, weil du betreibst das ja jetzt schon länger, dass du versuchst, das in allen möglichen dir zur Verfügung stehenden Mitteln öffentlich zu machen, über deinen Blog, über Facebook, über verschiedenste Gruppen. Das, was wir jetzt da hier machen, ist ein weiterer Versuch davon, Aufmerksamkeit auf das zu legen. Gibt es eben schon Reaktionen? Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Reaktionen. Und es steigt mir wirklich den Rücken, weil eigentlich alle hinter mir stehen. Sehr, sehr viele Facebook-User oder Blog-User schreiben mir und sagen eigentlich, dass es eine gewaltige Frechheit ist, was da abgeht. Was da passiert? Also unser Rechtssystem, das ist eigentlich schon bald ein Rechtsbankrott. Also viele sagen, es gehört eigentlich dem Rechtsvertreter und der Bank die Lizenz genommen. Es hat sich auch eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Solidarität mit Klaus Schreiner. Auf die wollen wir hinweisen. Da kann jeder von euch, der das jetzt sieht, beitreten. Sie unterstützen es. Und innerhalb von zwei, drei Wochen waren da jetzt eben 2600 Leute, die sich mit mir solidarisch erklärt haben und die, was eigentlich auf meiner Seite stehen. Das ist schon fast zu viel. Also jetzt haben mich schlau gemacht, die Beklagte. Die benannte Sparkasse hat, ich glaube, 3.830 Likes auf Facebook. Wobei man annehmen muss, dass sehr viele Angestellte dabei sind. Die haben sicher ein paar hundert Mitarbeiter. Ja, das kann man natürlich annehmen. Also du bist da schon ganz gut unterwegs. Klappt etwas in Bewegung zu setzen und die Leute ein bisschen darüber zu informieren. Ja, also ich versuche natürlich, mein einziges Verteidigungsmittel ist eigentlich die Öffentlichkeit. Ich bin kein Jurist. Ich habe nicht viel Geld. Ich bin auf einen Verfahrenshelfer angewiesen. Ich bin der Meinung, ich habe einen guten Verfahrenshelfer und ich denke, der wird sich engagieren. Ich bin der Meinung, der ist natürlich auch überfordert. Weil innerhalb von kruzischer Zeit jetzt da mehrere Einsprüche zu machen, ist nicht ganz einfach. Man muss das ja auch rechtlich begründen. Er muss dann durcharbeiten. Und es muss ja auch dann auch funktionieren. Und er versucht es am besten. Und man kann natürlich jetzt noch nicht sagen, wie alles ausgeht. Aber ich denke, positive. Ich denke, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und ich hoffe zumindest, dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss von der Hypoalpe Aria auch sehr viele Sachen ans Tageslicht bringen wird. Auf jeden Fall gehören die Inhalte von diesem Roman-Bankster-Club in die Öffentlichkeit. Weil das darf nicht verheimlicht werden, was der Autor gut recherchiert hat. Das stimmt. Da geht es unter anderem um die Hypo-Notverstaatlichung. Die war sein Raiffeisenmann. Der Raiffeisenminister, sprich der Bröll, der ist von Raiffeisen gekommen, war kurz als Finanzminister tätig, hat die Hypo-Notverstaatlichung durchgedrückt und dann ist er wieder zum Raiffeisen gegangen. Ja, das sind Hinweise, Missstände, die wir schon beklagen haben. Im Inhalt von Bankster-Club sind und die wir jetzt versucht werden, von der Bankenlobby unterdrückt zu haben. Unterdrücken, ja. Also es ist jetzt natürlich schwierig, das Buch zu lesen, weil es schon vorsorglich verboten wurde. Richtig. Es ist, ich weiß auch nicht mehr, wo man es bekommt. Ich leider auch nicht. Man muss sich eben wirklich langsam Gedanken darüber machen, was ist so brandgefährlich an einem Buch, das verboten werden muss, überhaupt wenn es um Themen wie Bank geht. Und die wurden ja sogar aus den Massenmedien wissen, dass da viel nicht stimmt, wo es jetzt einen Untersuchungsausschuss gibt. Bedenkliche Zeiten? Finde ich auch, was ich noch wirklich tragisch finde. Früher war ich der Annahme, dass es in einem Zivilrechtsprozess, wo es um Geld geht, dass es eben auch ein Menschenrecht gibt, dass man für Geld nicht eingespart werden kann. Ja. Ich werde anscheinend eines Besseren belehrt. Warum? Bei uns, in unserer Rechtsordnung ist es möglich, eine Beugehaft zu beantragen. Und dann kann man doch bis ein halbes Jahr ins Gefängnis gehen. Das Bezirksgericht, das heitere bei uns, das, was eben mir die 13.500 Euro Strafe aufgebrummt hat, hat mir auch schon bei einem weiteren Meinungsäußerungsversuch eine Einjährige Haftstrafe angedroht. Kannst du Beugehaft vielleicht kurz erklären für jemanden, der juristisch nicht bewandt ist und mit so etwas noch nie zu tun gehabt hat? Also ich weiß es auch nicht genau. Also ich stelle mir vor, die Beugehaft ist dazu da, ein Mittel, um eben jemanden dazu zu zwingen, etwas zu machen, was der Gericht sagt. Etwas zu machen oder zu unterlassen. Ja, genau. Verstehe, also wenn du dich jetzt weigerst, etwas zu unterlassen, weil du dich im Recht findest, kann eine andere Privatperson oder Firma oder juristische Person in dem Fall eine Beugehaft beantragen, wenn das Gericht das für richtig empfindet, das auch tun. Und vor allem, wenn man nicht zu Hause ist auf seiner Postzustelladresse, kann es da passieren, dass diese Beugehaft in Kraft tritt und so wie es ein Auto passiert ist, dass nächtliche Autorenjagden stattgefunden haben. Nicht einmal, sondern mehrmals. Dem Autor vom Bankster-Club. Jawohl, Herrn H.W. Friedmann. Mehrmals ist der Gerichtsexekutor, Kriminalpolizisten und Polizisten ihm nachgeschickt worden und es hat nächtliche Verfolgungsjagden gegeben. Da muss ich sagen... Aber er ist noch auf freiem Fuß. Er ist noch davon gekommen. Er ist auf freiem Fuß, unter anderem auch, weil bei seinem letzten Vortrag sich 40 Leute um ihn versammelt haben, eine Menschenkette gebildet haben und den Auto in Schutz genommen haben. Daraufhin sind die acht, neun Exekutivbeamten dann wieder friedlich abgezogen und haben die Staatsgewalt eben mit nach Hause genommen. Aber weiterhin gibt es einen Beugehaftbefehl und die Steuermarkische versucht mit allen Mitteln und Wegen dieses Buch von jeglichen Buchhändlern fernzuhalten. Ja, kommen wir zum Schluss. Abschließend möchte ich sagen, was kann dir helfen, haben wir schon gesagt, kurz zusammenfassen, Öffentlichkeit, das bekannt zu machen, das versuchen wir hiermit. Ich bitte dich sehr, jeden, dem das Video gefällt, jeden, der uns zustimmt, teilen, teilen, teilen auf Facebook, auf YouTube, wo auch immer. Es gibt da bei uns kein Copyright. So ist es. Wir wollen, dass es verteilt wird. Wir wollen, dass es so viele Leute wie möglich wissen, Bescheid wissen und dass Diskussion da entfacht wird. Wenn man dich unterstützen will, Facebook-Gruppe Solidarität mit Klaus Scheiner. Man kann auch nach mit dir über deinen Blog Kontakt aufnehmen, Details erfragen und so weiter. Alles am Blog veröffentlicht. Ja. Schließen wir ab damit. Ja. Wir werden uns melden, wenn wir mehr wissen, wenn wir Neues wissen, was es im Fall von Klaus gibt. Wir finden das Format so recht gut. Das ist ein Anfang. Ich glaube, wir werden uns jetzt öfters zusammensetzen, nicht nur zu deinem Thema, das ist ein guter Anfang mal, sondern generell Themen, die uns bewegen. Es gibt eben in Österreich sehr viele Themen, die was die Öffentlichkeit interessieren, die was meiner Meinung nach auch in der Öffentlichkeit nicht publiziert werden, weil es wechselseitige Abhängigkeiten gibt. Dazu aber das nächste Mal gerne mehr. Genau. Wir abschiden uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.